Das sind ja tolle Nachrichten. Das werde ich aber nicht zulassen. Was? Ich bin gekommen, um Sie zu befreien. Echt? Ja, ich weiß noch nicht wie. Vielleicht haben Sie ja eine Idee. Isi, lass dein Haar herunter. Ist gut. Ich fand es nicht schlecht. Was meinst du, Lox? Wenn du mich fragst, das war total daneben. Einfach weiter üben. Vielen Dank und auf viel Spaß im Pulliversum.